Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Info-Video oder auch besser gesagt das kleines Abonnenten-Special weil ich jetzt auch schon 25 Abonnenten habe und ein bisschen was überlegt habe und so und ja jetzt sieht man mich mal in Farbe live, naja, wenn ich vielleicht ein paar denken das sieht ja ganz anders als wenn ich gedacht habe, aber äh sieht scheiße aus, jawohl, aber geil auf jeden Fall, danke auf jeden Fall für 25 Abonnenten schon mal, habe mich echt riesig gefreut, hätte nie gedacht, dass ich jemals so viel zusammen bekomme auf jeden Fall habe ich mir mal quasi ein kleines Dankeschön überlegt ich habe mal die Mühe gemacht und habe eine Twitter und eine Facebook-Seite eingelegt also da, ja, scheiß Kamera, da Twitter, scheiß Kamera und da Facebook und ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch jetzt mal ein bisschen die Seiten, wie es aussieht und ja, dann seht man sich wieder ja, okay, da sind wir jetzt, das zum Beispiel ist jetzt mal die Facebook-Seite, wo ich schon ein bisschen eingerichtet habe, nichts besonderes die Twitter-Bild schon, zwei Videos stehen schon drin, die, der heutige Kinom-Hart-Part, äh Part, okay, je nachdem war nichts hoch, Leute, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann es fertig wird und auf jeden Fall dann mal schon das Mask-Part ist auch schon drin, ich werde, wie gesagt, immer die Parts reingeschrieben, ähm, wo ich gerade hochgeladen habe und ja, wenn man einen Live-Screen müsste, wo er auch demnächst irgendwann mal kommt, wird er auch reingeschrieben und so weiter und so weiter okay, das ist auf jeden Fall die Facebook-Seite, bisschen, ja, da oben ein schönes Banner reingemacht, das, was ich im Forum meistens habe hier, ich habe ein Profilbild, ja, das hat sogar eingefällt mir, der Inerex, okay, das ist auf jeden Fall die Twitter-Seite, habe ich auch schon ein bisschen was geschrieben, im Hintergrund werde ich noch machen, da habe ich bis jetzt noch nichts, wenn ich noch nicht so richtig fassen können, da bräuchte ich jetzt mal ein bisschen Zeit, wenn wir da auch die ganzen, wie man sieht, was ich mache, YouTube oder so, wenn, wenn Einträge neue sind oder ein neues Video und so weiter, also, wie gesagt, es wird alles reingeschrieben, oder, Live-Screen kommt auch wieder rein, oder so Sachen, was ich gerade mache, so sinnlose halt, wie, ich gehe aufs Klo oder, nee, ich mache sowas, kommt nicht, aber, vielleicht tue ich ein bisschen was posten, ja, und ja, das war's eigentlich jetzt, von der Seite her, so, jetzt wisst ihr auf jeden Fall wie der Stand der Dinge ist, die ganzen Links zu den Seiten, ähm, es stehen natürlich unten in der Beschreibung, für jemandes Bauch ist, dann, ich darf nicht den Tisch wackeln, auf jeden Fall halt die zwei Bilder anklicken, da ist der Link auch drin, das ist blöd mit der Kamera, ah, jetzt halt, gut, dann, meinen Kanal, steht auch die Beschreibung, äh, die Links drin, und, ja, auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank für die Abonnenten, und, ja, ich glaube, ich hoffe natürlich, dass es werden mehr, wir hoffen das nicht, und, weil dann kann ich mal wieder ein neues Arbeitsspecial machen, und, ja, auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank, und, macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!